Und damit willkommen zurück zu Mega Man 8. Weiter geht es mit diesem Kollegen. Und das ist Tango Man. Oh yeah, baby. So, ein bisschen die Steuerung wieder umgestellt. In der Hoffnung, dass es jetzt mal funktioniert. Oh, das ist über den Zug. Finde ich gut. Ah, komm. Ernsthaft? Nein. Das war falsch. Äh. Ah. Wow. Wow. Okay, jetzt weiß ich, was ich da erwarte. Das Jahr kann man hier sehr gut durch. Wow. Ich muss jetzt hier ernsthaft mit so einem Ding durch. Ach du meine Güte. Vorsichtig. Vorsichtig. Wow. Das ist doch mal krass. Oh, das kenne ich doch auch. Was willst du? Wie kann ich mich nicht mehr so anwenden? Da, komm. Was? Wann bin ich denn jetzt drauf gegangen? Darf ich nicht einmal erwischt werden, oder was? Ruff, ruff, ruff. Das versteht jetzt mal einer. Komm. Okay, wir schießen ganz normal. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, der ist richtig nice. Wow, 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 wow. Alter, die sind ja echt viel. Hui, hui. Continue Point? Jetzt schon? Gab es jetzt keinen Boss? Oder Zwischenboss? lebist. when ist denn aus? Ich bin doch. Wow, wow, wow. Okay, r напис wenn emotions winden. Ah! Geh weg! Ok! Wait! Ah! Da ist er. So, ich habe hier eine Skippel. Ah! Wow! Ach! Ja! Oh nein! Wow, wow, wow! Ich wollte verteidigen hinter mir. Die passen wir jetzt gar nicht. Wow, 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 wow! Okay, das ist kaputt. Alter, wie knapp. Und ich habe gar keine Energie mehr, ne? Okay, jetzt habe ich ein Dreifachschuss. Und es wird jetzt wahrscheinlich wieder gefährlicher. Oh nein, ich bin angekommen. Oh ne, leck mich doch umhinter. Schnell speichern, ja. Das musst du jetzt machen. Okay, gut, gut, gut. Wow, wow, wow. Okay, hier gehen wir jetzt hoch. Oh, ho, 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 ho. Wow, wow, wow. Okay, hier. Hui. Okay. Was ist denn jetzt hier? Oh, ich hätte gerne Energie. Das hat nicht funktioniert. Okay. Ähm, wir sollten doch nochmal speichern. Ahaha. Gibt's jetzt? Ach, danke. Ach, danke. Ui. Na toll. Ich hätte nur bis dahin es schaffen müssen. Nein! Ich möchte mal gucken, wo ich wieder neu starte. Starte ich an der Stelle neu? Mit zwei Leben. Also, so gesehen, das ist ja noch akzeptabel. Was hat ich mir Schaden genommen? Ach komm, ich brauche jetzt nicht. Oh, cool. So, komm. Das ist doch geil. Na komm. Okay. Okay. Woa, woa, woa. Okay. 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 Wow, wow, wow. Eigentlich wollte er nur hier unten bleiben. Jawoll. Da hab ich ihn. Das ist echt nützlich gewesen, Junge. Ah, schön. Ja, so ist das in Ordnung. Also, damit kann ich auch leben. Wow, wow, wow. Okay. Oh, geschafft. So. Ich frag mich, wie ich das immer noch machen soll. Ich hab's bis hierher zu gut geschafft. Boah, kann man sagen. War gut bis hierhin. Dann. Speichern wir mal. Speichern wir mal. Damn it. Warum hat er jetzt nicht gespeichert? Warum hat er jetzt die Eingabetaste nicht genommen? Danke. Ja. Okay. Ich hoffe, dass ich nicht mit Bomben bei dem ankomme. Nein. Er hat damit nichts zu tun. Nein, 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 nein. Nee, das geht auch nicht. Nee, muss ich anders machen. Das muss ich anders machen. Laden geht einem schon irgendwie auf die Nerven, oder? Aber jedenfalls ein schöner, langer Bossfight. Da bleib ich dann doch bei der Standardwaffe. Ja, deine... Deine Attacken sind jetzt nicht ganz so wild. Und ich glaube, ich glaube schon, dass ich mich deiner Challenge stellen kann. Ja, ich sag ihm, in der normalen Attacke... Ah, verdammt. Komm runter. Und wieder zurück. Ja. Nein, 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 nein. Punktende aus. Einfach nicht schwerer machen, als es ist. Damit haben wir auch den zweiten Boss... ...äh, den dritten Boss bei Mega Man geschafft. Und wir bekommen... ...Tornado Hold. Natürlich möchten wir speichern. Natürlich ist das in Ordnung. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann geht es zu diesem lieben, netten Mann. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Truhaudrein. Tschüss, tschüss.